Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Hanalyse für nun Donnerstag, den 1.9.2022 und unser DAX hat es hier nochmal wild getrieben, sich richtig gesuhlt im Schlamm, zum Glück hat er ein GoPro vorne drauf gehabt. Ich denke, das Video, das kannst du auch in die Tonne kloppen, fast so wie den Handelstag. Also da dürften die einen oder anderen doch ein bisschen eher genervt davon gegangen sein, auch wenn wir uns anschauen, was hat man gestern drüber gesprochen, ja, das sind so viele Sachen, die er hier richtig angewandt hat, aber doch insgesamt, naja, nicht so richtig was draus gemacht bekommen hat. Also da war eine 13.50 dabei, da war einmal unter die 13.900 dabei, dann wieder hochziehen, zurück, also im Endergebnis schon viele Faktoren umgesetzt, aber er hat einfach die Diefs nicht richtig rausgekriegt, er ist einfach nicht richtig rausgefallen unten. Also wir hatten ja auch so gesagt, wenn er dann unter den 988 bleibt, dann kann er mal richtig rausfallen und ja, also damit habe ich nicht gemeint, dass er dann 60 Punkte zum Tagesende fällt und dort nicht weiterkommt und sich auf der Stelle rumtribbelt. Also unten raus tut er sich genauso schwer, wie er sich oben raus schwer tut. Ja, vielleicht mal einen Aufwärtsskate probieren und dann offen lassen. Das wäre mal eine Möglichkeit, sollte die Formationen, weil die Tiefs, die kommen schon recht flach hier. Also, ich sage mal, wenn das jetzt hier in einem Aufwärtstrend stehen würde, ganz klarer Long-Ansage, ne, also müsste man ganz klar sagen, hier nächste höhere Hoch ist dann Trendfortsetzung nach oben, aber es ist ja nicht im Aufwärtstrend. Das sieht schon ein bisschen komisch aus von der Formation her, dass man hier sowas hier unten anfindet, ne, weil es ja eher, also so wie hier runterkommt, ist es eher bullischer Natur, passt aber überhaupt nicht in die Bewegung rein hier. Ähm, sehr, sehr interessant auf jeden Fall, was er hier bastelt. Sollte er uns aber unterm Band abhauen, also auch 67, neue Tiefs hier unten bringen, dann könnte er natürlich ein bisschen Übertreibungsplatz aufmachen, dann könnte er sich zum Donnerstag auch mal richtig aus dem Ruder läden und mal einen richtigen bösen Trendtag zum Donnerstag machen. Donnerstag ist, also wenn ich zurück mich erinnern kann an Wochentage im DAX, die richtig ausgerissen sind, oben wie unten, sind das oft immer Donnerstag gewesen. Also an Donnerstag schafft unser DAX auch mal 500, 600 Punkte. Das liegt aber eher daran, dass es oft mit, ähm, zum Beispiel EZB-Zinsterminen übereinander kommt, dass die Fed oft vorher dran war und so weiter. Das haben wir jetzt hier gerade nicht, aber, ähm, ein bisschen sollte man trotzdem aufpassen. Dass der DAX einfach noch zur Seite schaukelt, weiß nicht, kann natürlich auch mal, das ist so ein, alles kann nichts muss halt, ne, das ist für einen Analyst natürlich eine super gute Ausgangslage, ähm, wo man sich hier wirklich so gut wie gar nicht festlegen kann. Aber, ähm, was ich festlegen kann, ist zu sagen, unter 67, also mit weiteren Tiefs, hätten wir ein tiefere Hochstehen, hätten ein tieferes Tief. Das dürfte dann wahrscheinlich auch nicht bloß 50 Punkte tiefer werden, sondern einen ganzen Zacken tiefer gehen. Und, ähm, ich sag mal so 650, 670, das wäre erreichbar. Aber auch 13500, 13385, das alte Jahrestief. Das sind alles, alles erreichbar, wenn wir sagen, per Stundenschluss unter 67 gehen? Ja, so könnte man es vielleicht sagen. Sollte der ansonsten ein bisschen optimistischer reinkommen, vielleicht, wie gesagt, tatsächlich wieder einen Aufwärtsgap bringen, das dritte Aufwärtsgap des Tages, äh, hintereinander dann. Wir haben jetzt drei Tage, zwei Tage hintereinander Aufwärtsgaps drin gehabt. Sollte er jetzt wieder einen Aufwärtsgap bringen und das mal nicht closen, kann er natürlich auch sich nach oben raus ein bisschen verwirklichen. Also gerade so eine 100, 130, das wäre dann relativ easy nochmal drin und dann würde er wahrscheinlich einfach die, die, ähm, die Dinger nach oben replizieren, ne, dass man dann sagen kann, hier sind zwei Aufwärtswellen. Aber es muss halt tatsächlich dann auch erst kommen, ne, also das würde ich jetzt so nicht anzählen, ähm, wenn da keine Stärke drin ist, das sollte man nicht drauf wetten, ne, da würde ich mich eher zurückhalten. Und hier so in dem Bereich, das könnte, das könnte durchaus klappen. Aber muss halt nach oben anziehen. Mit Aufwärtsgap oder ohne, aber muss, muss anziehen. Wenn er nicht anzieht, dann, ja, läuft so nochmal Gefahr. Das komische ist halt, dass er die, die hoch, die tiefs, die, die tiefs nicht verkauft. Also warum verkauft er die tiefs nicht? Das ist, das ist schon eine Frage, die man sich stellen darf, ne. Warum beschleunigt er nicht auf den tiefs? Im Abwärtstrend ist das eigentlich, das ist eigentlich, das ist, so funktioniert eigentlich ein Abwärtstrend, ja. Ich mache ein neues Tief, dann beschleunigt der Markt, dadurch kommt der tiefer, dann macht er wieder einen Rücklauf, dreht sich wieder ein, dann kommt ein neues Tief und dann verkaufen, die verkaufen wieder so, wie das hier war, ja. Ein neues Tief kommt, hier ist das letzte Tief, hier ein neues Tief und die Verkäufer verkaufen. So Tief gebrochen, hier zack, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das haben wir hier absolut nicht gesehen, also auch in der inneren Struktur und wird jetzt sehr interessant, wie er dann übergeordnet mit dem nächsten lokalen Trend tief umgeht. Also theoretisch, um Abwärtstrend ein bisschen anzufeuern, müsste er da halt wirklich richtig auf die Tube drücken und dann wirklich durchziehen. Und Donnerstag kann das, ja. Also da würde ich schon ein bisschen aufpassen und deswegen einfach sagen, ja, unter 67 Risiko auf der Unterseite, da drüber soll er machen, was er will. Und wenn er hier ein höheres Hoch reintritt, dann ruhig mal bis 100, 1,90 hier oben Platz lassen halt, ne. Also das ist, das ist glaube ich das Einzige, was ich so mitgeben kann, wo ich sagen würde, das würde ich für mich selber so beachten. Aber hier stand dem jetzt zu sagen, Long oder Short, ne, das würde ich gar nicht wollen. Da würde ich lieber, lieber erst mal kurz den machen lassen, kurz abwarten, ne, mich mit dem Messer an die Seite stellen, dann gucken, wo kommt der zuerst reingelaufen und dann, dann los, ja. Gut, macht was draus. Und lasst euch nicht von ärgern. Man muss ja auch nicht jeden Tag was traden, ne, wenn man merkt, dass der, der will, das will nicht so, wie es soll. Dann vielleicht auch einfach mal ein Päuschen einlegen, das tut immer ganz gut. Ja. Ich wünsche euch was Gutes gelingen und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.